Hypixel Badwars ist der größte Custom PvP Game Mode in ganz Minecraft und ich bin ein kompletter Noob, der keine Ahnung hat, wie das Spiel funktioniert. Deswegen dachte ich, es wäre mal lustig, ein paar Clips aufzunehmen, wie ich komplett am Fällen bin. Wer hier also High-Quality Gaming erwartet, geht woanders hin. Ansonsten viel Spaß. Ich hatte zwar keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert, aber ich habe mir drei Stunden Badwars Tutorials anschaut, deswegen kann es nicht so schwer sein. Also hier an alle Noobs da draußen, erstmal müsst ihr Ressourcen einsammeln, dann kauft ihr euch Wolle. Dann habe ich gelernt, man muss God Bridgen. God Bridgen ist das Bridgen ohne das Shiften. So wie ich es verstanden habe, nimmt man einfach die Blöcke und... Das war die Katze, die Katze hat für mich gespielt. Das war nicht ich, ich bin Pro-Gamer. Dann eben heute ausnahmsweise ohne God Bridgen. Als nächstes müsst ihr euch Dias besorgen. Wenn ihr denkt, dass ihr Scharpens kaufen müsst, ihr liegt komplett falsch. Das Beste ist immer Healpool und wer was anderes behauptet, der ist kein Pro-Gamer wie ich. Oh nein, ich habe keine Blöcke mehr, wie soll ich jetzt wieder in die Base kommen? Musst du wohl hierbleiben? Und ich glaube, da hinten ist irgendwie so ein Grinder-Typ, der kein Leben hat. Der wird mich jetzt bestimmt in zwei Sekunden umbringen. Es wird schön, war eine schöne Runde. War schön, das kann zu haben. Ich glaube, du bist gut, aber du bist nicht. Du kannst einfach nicht mehr in die Base kommen, weil sie das nie verstehen würden. Makrolippiota oder irgendwie so Idioten. So Leute, die meinen, sie könnten Minecraft spielen. Wisst ihr, ich glaube, Luca hat recht. Ich habe gerade über mein Leben nachgedacht. Ich habe reflektiert und habe gedacht, alles verdient eine zweite Chance. Neues Spiel, neues Glück. Es wird doch nicht so schwer sein, oder? Doch wenn Anime mir eine Sache beigebracht hat, dann, dass man mit der Kraft der Liebe und Freundschaft alles schaffen kann. Deswegen bin ich einfach auf Wish gegangen, habe Eagle eingegeben und das erste Ergebnis einfach gekauft. Das Ergebnis ist dieses Eagle, dessen Badwass-Statistik fast schon an meine herankommt. Let's go. Also, ich rush, du defendest. Ja. Es wäre lustig, wenn ein Cheater dabei wäre, weil ich recorde ja gerade mit Replay-Mod und mit OBS. Das heißt, wenn ein Cheater wäre, kann man das ganz einfach nachmachen. Weiß ist da bei uns, unser Bett ist kaputt. Was? Ne, Makro ist da. Makro, äh. Oh, das war eine richtig gute Kombo gerade. Du hättest die Kombo sehen sollen. Äh, was wird das, wenn es fertig ist? Äh, okay. TPen. Der TPen sich rum durch die Gegend. Der hat noch einen schlechteren Ping als wir. Perfekt. Das muss man ja schon mal zusammenkriegen. Ja, okay. Toten. Jetzt. Ernsthaft. Wieso kriegen die alle keinen Knockback? Der, 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 der. Die, die wollen uns jetzt final killen. Ah, was? Was? Okay. Das Problem ist, ich habe jetzt so viel, äh, Bad Wars, äh, Aufnahmen. Bestimmt insgesamt über eine Stunde lang und das muss ich jetzt alles in 10 Minuten Video zusammenschneiden. Schön über 10 Minuten strecken. Ja, natürlich. Sehr gut. So, so ein 10 Minuten Video und es soll auch noch interessant sein. Das werde ich garantiert nicht schaffen. Weil ich glaube nicht, dass die Leute sehen wollen, wie ich einfach eine Stunde einfach fäh... Oh, da kommt grün. Hallo da. Ja, du, 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 ja, ja, cheaten kann man natürlich. Unser Bett ist weg, sagen wir es mal so. Da kommt ein Grüner, der, äh, ziemlich hart am Godbridgen ist. Oh, oh, richtig. Das war eine richtig cleane Kompo gerade. Warte, der kommt wieder zurück, der, äh, der Typ, äh, Alarmstufe Grün, würde ich sagen. Der kommt schon wieder, der Typ. bin ich blöd oder so glaub einfach ich springe aber ins void ohne grund ja hallo mr rot unser bett ist weg unser bett ist weg das ist nicht gut wenn man zwei herzen gerade beim kampf ist du kannst dich darauf einstellen dass ich alle deine fails mit replay mod von allen winkeln aufzeichnen werde und dann schön reinschneiden werde ins video da gibt es jetzt noch einmal so und nur noch wasser so alles richtig ekelhaft voll mit wasser zu machen ja natürlich die leute lieben wasser in bedwars ich ja natürlich wir lieben wasser so sehr dass wir selbst unserem eigenen wasser sterben weiß kommt wir sind werden alle sterben und erstens von welcher seite er von von der rosa seite aber das hat uns wohl gefallen weil er blöd ist und er 2011 im namen also ist wahrscheinlich zwölf jahre alt oder so sehr peinlich wenn wir 12 oder der der star der ist in der pinken base ich werde jetzt umbringen weil ich liebes kleine kinder in bedwars zu mobben gemein okay der ist gut ich habe der war sogar ein final kill ja ich liebe kleine kinder mobben in bedwars wasser steht ich hasse es jetzt schon wirklich mich schwemmt ins void wegen diesem scheiß wasser wer ist auf die kommen wasser platzieren okay das stimmt das war ich oh oh schau mal wie er und schau mir das land anschaut ist es ist so schön er schaut uns so an so mit dem blick warum 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 gray echt zu mir genau hätte ich nicht da heute hast du feier wo ist nee man kann ja nur eine einmal eine minute schauten und jetzt kann er nicht mehr was macht ihr jetzt da kannst du dir bitte ein feierball kaufen den runterschießen bitte ja okay jetzt aber gut der wird der wird entkommen glaube ich danke auf dem jahre wo ist der er ist da irgendwo er ist da glaube ich auch perfekt ist der hat sich gar nicht gewährt remove der water grüße niemals like it so much ich bin so lustig wie einfach alle am wasser leiden wir und die gegner das spiel wird noch tagelang geben die kommen die kommen die kommen die kommen die kommen die kommen was ist das für eine kombo ich bin ich bin todig sag mal so brauchte ich jetzt dringend der macht das wasser weg der macht das wasser weg nein nein nicht das wasser nicht das wasser nicht jetzt müssen jetzt müssen wir zwei gold ausgeben die erste kommen wir brauchen wasser sofort ja ich liebe wasser ich liebe es zu sehr so schön die haben auch wasser die haben auch wasser ich bin so stolz auf sie jawohl sie haben was klären ich habe ihr bett nein hast du bist der beste wirklich kam hier jessi jessi jess und da fliegt er weg tschüss wir haben gewonnen jetzt muss man schon ein like geben